Ein deutscher Schäferhund, ein Dobermann und eine Katze sind gestorben und kommen in den Himmel. Alle drei stehen vor Gottes Thron. Gott schaut sich die drei an und möchte von jedem wissen, woran sie glauben. Gott fragt den ersten Hund, Schäferhund, woran glaubst du? Der deutsche Schäferhund antwortet, ich glaube an Disziplin und Treue zu meinem Herrchen. Gut, sagt Gott, dann setze dich an meine rechte Seite. Dann fragt Gott den anderen Hund, Dobermann, woran glaubst du? Der Dobermann antwortet, ich glaube daran, dass ich mein Herrchen über alles liebe und dass ich mich um seinen Schutz kümmern muss. Ah, sehr gut, sagte Gott, du darfst zu meiner Linken sitzen. Gott wendet sich der Katze zu, und Katze, woran glaubst du? Die Katze antwortet, ich glaube, du sitzt auf meinem Platz.